Hallo und Willkommen zu einem neuen Display von Murphy´s Gesetz. Vielleicht kennen es manche, vielleicht aber auch nicht. Powered by RTL.de kann ja schon alles heißen. Ich habe es vor lange, langer, 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 langer Zeit mal gespielt und jetzt habe ich mal so eine Empfehlung gekriegt, ey komm, spiel das doch mal wieder. Ich habe mich auch mal in der Tag im Büro wieder mal ein bisschen eingespielt, damit ich hier nochmal ein bisschen reinkomme und dann lassen wir doch einfach mal alles schief gehen, was schief gehen kann. Seien Sie wies und verwandeln Sie den Arbeitstag und das fleißige Architekten, Ted Mosby, Architekt, in eine Katastrophe, indem Sie die Gegenstände miteinander benutzen. Ich würde mal sagen, Spiel starten und jetzt würde ich einfach mal gucken, was geht es hier überhaupt alles. Ich mache jetzt in der ersten Runde noch gar nichts. Okay, wir haben hier einen Toner, Putzmittel, wir haben ein Fenster, Kakao, hast du Kaffeepulver? Ah, Kaffeepulver? Cool. Wir haben hier eine Tasse, ein Handy, eine Lampe, kann man hier noch irgendwie? Ach hier, hier, Mauskabel. Tasse Tour. Was kann ich denn mit der machen? Kann ich hier so klicken und dann so nicht? Kleber. Was? Holzkeil, okay. Ähm, ich gucke mich jetzt nochmal hier so ein bisschen um. Gibt es das denn so was zum Schubladen hier vielleicht? Ähm, was ist das? Brieföffner. Das ist... Okay. Äh, ja, nice Bild. Was haben wir hier? Ja, nichts. Aber hier ist er auch noch so. Permanentmarker. Der hat ja gerade einen Ordner rausgenommen, oder? Ui, bist du witzig. Ähm, okay. Taube. Schönes. Ich muss noch mal gucken, was er dann so macht. Was, was, was? Modell. Okay. Unsere Wasserstuhl vielleicht irgendwie etwas? Ja. Fünsterhebel. Ja. Tauben. Noch mehr Tauben. Okay. Er pflegende Ratten des Himmels. Ja, noch eine Runde. Also. Er kommt an. Er gähnt. Er macht sich Kaffee. Er gießt die Blumen. Warte mal, ist das hier Vogelfutter? Vogelfutter? Cool. Er hat sich den Kaffee. Er hat einen Kaffee. Ja. Einfach mal kurzer ein bisschen hier. Ui. Arbeitet der fleißig. Aha. Ja, lass einfach zu Boden fallen. Ja, guter Kaffee, ne? Guter Kaffee. Der Boss. Der Big Boss of Mothboss. Mothboss. Ähm. Ich hab hier schon ein paar Ideen. Okay. Was macht er jetzt? Blätter hinwerfen. Er zückt sich den Ordner raus. Nimmt das Plakat. Ui. Und es ist wieder witzig. Ja, ist noch ein bisschen Schleim beim Boss, ne? Sieht gut aus. Ja, passt alles. Da kommen die Boss. Ja, dann würde ich mal sagen. Neu starten. Also. So, dann. Ich hab hier schon ein bisschen eingespielt und der Toner, mit dem, den kann ich glaube ich hier... Puff, genau. In den Kaffee. Dann hier noch ein bisschen Spots Metal. Und... Äh. Sollst du, dass es nicht weg sein? Äh. Ja, die Pflanze ist tot. Äh. Ja, lass ich jetzt mal hier liegen. Äh. Ja, ja. Die Vogelfutter, komm. Geh mir mal der Taube. Ähm. Hm. Da hat doch noch was. Da hat ein Wasser hier stehen? Warte mal. Warte mal. Neu start. Neu start. Neu start. Also erstmal hier so. Da so. Und jetzt. Geht das? Geht das? Das geht. Natürlich. Vogelfutter. Äh. Geht das nicht irgendwie hier? Ja. Sieht einer an. Der Kleber. Da kleben wir doch mal die Maus voll. Ähm. Dann eben nicht. Äh. Vielleicht Tastatur. Nein, auch nicht. Vielleicht. Äh. Handy hier so. Ah. Cool. Und äh. Habt ihr den Briefveröffner vollgeklebt? Oh, guck auch an. Und jetzt? Ja. Da hört man hier aber doch noch so eine Glühbirne. Ja, genau. Die kann ich doch hier so. Warte mal. Hatte sich gerade... Äh. Äh. Ich bin aber doch ein bisschen der Kerl. Es tut mir leid. Soll ich damit machen? Ähm. Wo sie sind? Ah, da drin. Bladthalter. Was haben wir hier noch? Haben wir hier noch was? Ja. Vielleicht Lampe an jetzt? Oder? Was ist denn? Ich habe das Mauskarte. Warte. Was ist? Ah. Vollgeklebtes Handy. So. Jetzt weiß ich's. Okay. Und los. Wupp. Na los. Komm, 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 komm. Ja. Ähm. Doch nicht. Wenn ihr hier vollschreibt, dann kann ich doch hier den Marker austauschen. Ja. Nehmt einen Ordner. Damit kann ich sicher auch noch was machen. Aber. Das ist ja jetzt mal die erste Runde. Warte mal. War hier sonst noch was? Kleber? Keil. Holzkeil. Ähm. Okay. Fuck you asshole. Wie bist du? Äh. Der geht. Der war doch gerade noch ein Schloss. Ach, scheiß drauf. Kann ich hier noch rumfummeln? Irgendwie mit dem Kleber oder so? Nicht? Äh. Warte halt. Hm. Kann ich jetzt hier irgendwie den Holzkeil so? Puff. Blockiert und so? Nein. Hä. Okay. Naja. Ein wenig hat er sich geirrt. Aber da geht noch was. So sollte man keine Pflanze putzen. Ich hab. Doch. Ach, scheiß drauf. Ähm. Also hier nochmal. Toner. Hier. Und. Hier. Dann. Das Vogelfutter. Hier. Was auch immer das bringt. Äh. Acker. Kleber. Hier auf den Kötter. Und aufs Handy. Glühbeine rein. Und da sie verbinden. Und ich hab gerade gesehen. Der hat jetzt eine Krawatte da reingesteckt. Und ich denke. Und damit kann ich da mal noch was machen. Äh. Das wird da ihn zwar umbringen. Aber. Ist ja egal. Ist ja RTL. Das geht immer. Tschüss. Rief. Ähm. Kann ich hier noch was machen? Kleber vielleicht noch hier auf die Tastatur. Oder so. Oder auf die Lampe. Oder auf die Taube. So die paar Taube vollkleben. Nein. Nachdem schreibt noch was da rein. Hier ist glaube ich nur der Toner drin. Oder. Wieso nicht was? Wieso nichts? Wieso nichts? Wieso nicht was? Nein. Und der andere kotzt dir gerade sein Zeug aus. Ja. Schrei dein Boss an. Wirklich. Toll. Ja. Ja. Klatsch. So. Und jetzt ist Timing gefragt. Komm steck deine Krawatte da rein. Jetzt. Yeah. Krawattentragen ist tödlich. Oh. Äh. Äh. Die. Tö. Oh. 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 Ach. Wunderbar. Äh. Hier. Ach. Der Ordner. Moment. Da geht doch noch was. Hier so. Ach. Zu spät. Verdammt. Hat es noch gewirkt? Ich weiß nicht. Aber diese Holzkeile hier. Damit kann ich doch noch hier. Ah. Verklemmen. Er ist abgeschlossen. Staumeier. So. Er ist hier. Kann ich hier vielleicht. Klick. Oh. Ah. Phase mit Nullheiter austauschen. Es gibt einen schönen Kurzschluss. So einen wunderschönen Kurzschluss. Es muss nur noch brennen. Ach. Brennt nicht. Aber da geht noch was. Äh. Weiter so. Und es hat so kommt. Oh Gott. Der Pflanzendipf weiß ich. Warte mal. Vielleicht brennt es ja. Ich meine. Ich habe hier immer noch das Putzmittel zur Verfügung. Sonst habe ich hier aber nichts. Ja. Was? 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 Ja, warte mal was. Nein. Doch. Hier. Schrank. Ah. Ich finde den Schrank. Oh. Jetzt muss ich schnell sagen. Müll zu schnell sagen. Schnell 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 schnell. Hier. Nein. Nein. Doch. Kuck. Und. Kuck. Noch was? Was? Nein. Was vergessen? Fenster auf. Genau. Was ist hier mit Champagnerflasche? Bum. Einfach mal die Haare. Ja. Und da sagt man, der Architekt ist kein gefährlicher Beruf. Was? Wie war das noch? Nicht? Einfach mal vergiften hier. Was ist da weg? Das ist ja grün. Ich glaube, ich habe das Mauskabel nicht unterschwung gesetzt. Neues Krawatte rein. Oh yeah. Flip. Und ja, ich will mal ein bisschen was anderes spredeln. Also nur immer Minecraft. Delete? Yes. Alles? Ja. Was ist deleted? Gut. Gut. Und jetzt hier. Stuhl verstellen. Partner hoch. Stift hin. Ach. Ach. Ähm. Holzkall. Keine Blätter und keinen Ordner. Ui. Du bist wieder witzig. Was? Ja. Erzählst du es nicht mehr so witzig. Ja. Ach, schön Schönes Projekt, ja Gut geschleimt, gut geschleimt Jetzt hier das Kabel Und dann noch Putzmittel Yes Ich hoffe, das funktioniert Ich hoffe, das funktioniert Und dann hätte ich noch gerne hier das Vogelfutter Und dann muss ich das Ah, das, das, das Das Brandzeug hier Guru, 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 ja Daumenbefall Yeah Ich weiß es Okay, letzte Runde Danach ein anderer Murphy Für den nächsten Part Ach ja, Murphy, Murphy Oh, kleine Katze Nehmen wir kurz die Blühbirne weg Oh Ich habe das Putzmittel da nicht reingetan Egal Äh Ich mache jetzt keine neue Runde mehr Wenn wir hier Putzmittel Ich stelle jetzt das Mauskabel nochmal unter Strom Vielleicht funktioniert sie nochmal Ja, hatten wir alles Das passierte mir nicht mal bei meiner Arbeit Ganz ehrlich Handdurchschlitzen Damit gefährlich ist ich die Brieföffner Oh, äh Da ist ein Putzmittel drin Einfach grünen Irgendwie Irgendwie Hier funktioniert das Putzmittel nicht so wie es sollte Ey, Maus Mit der Strom Puff Die Krawatte ist doch Naja Ich will das so manchmal nicht sagen Okay, den Ordner Den Keil Den Stift Immer wieder geil Der Glück, dass er da so einen wasserfesten Entferner hat Ich meine Spiritus Und Sancti Hier? Okay, Kabel weg Und Spiritus rein Oh yeah Das gibt ein schönes Feuerwerk Pudu Ach schön Ja, ich weiß Also das war's mit Murphys Gesetz Von diesem Mal Ich Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Wenn wir in den Urlaub fahren Weil ich meine Das ist von Architektenberuf Das ist wirklich die Härte Also Bis dann Leute Die Kram Ich